Frau Lufen, es gab ganz viel Zustimmung, ganz viel Beifall dafür, aber die AfD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen hat mit ihrem Gesicht gleich Werbung gemacht. Haben Sie nicht trotzdem Angst, dass Sie in eine Ecke geraten, in die Sie, so verstehe ich das überhaupt, gar nicht wollen? Also Angst ist immer ganz schlecht. Also wenn man Angst hat, dann würde man nie irgendwas machen. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, wie kommt diese Botschaft an, die ich seit vielen Monaten in mir trage. Die ist auch so langsam gewachsen, die ist immer doller geworden, hat mich immer mehr belastet, weil ich gedacht habe, warum sehen wir nicht die Gesamtproblematik? Also es gibt natürlich Jugendtherapeuten, die sagen, bei uns sind viele Fälle, dann gibt es die Wirtschaft, die sagt, für die Wirtschaft ist es eine Katastrophe, viele Menschen geraten jetzt in Existenznot. Einzelne Bereiche haben sich immer mal zu Wort gemeldet, die haben aber gegen die große Macht der Virologen und der Wissenschaft auf diesem Bereich der Pandemie keine Chance gehabt. Aber ich habe mir gedacht, man muss doch, wenn man jetzt so etwas Dramatisches, wie ein Lockdown, den hat es noch nie gegeben in Deutschland, dann muss man doch einmal durchrechnen, okay, wie sind die Nebenwirkungen? Ist das vielleicht Teil des Problems, frage ich mal den Epidemiologen, wir haben für Inzidenzen, für Neuinfektionen, Sterbefälle, wir haben für alles Kurven und Statistiken. Aber sozusagen für die psychische Pandemie, für die psychischen und sozialen Folgen, es gibt keine Statistiken, keine Kurven, die das im Vergleich anzeigen. Doch, doch, es gibt schon auch Studien dazu, zum Beispiel, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen sehr wichtigen und guten Übersichtsartikel von dem Psychiater Matthias Berger aus Freiburg gelesen. Aber es gibt keine Kurve, die anzeigt, wie geht es uns seelisch in der Gesellschaft? Es gibt Studien, die sich damit beschäftigen, also wie hat sich zum Beispiel die Zahl der depressiven Menschen verändert, wie stark ist die Selbstmordrate in den verschiedenen Altersgruppen gestiegen. Sind Jüngere oder Ältere hier stärker von Depressionen betroffen? Wie haben zum Beispiel Angststörungen, Anpassungsstörungen oder auch Depressionen zugenommen? Ich glaube Ihnen, dass das Sie da drauf gucken, aber liegt das mal bei der Kanzlerin oder beim Gesundheitsminister auf dem Tisch? Weiß Herr Wieler davon? Also ich kann hier nicht für Herrn Wieler sprechen, aber ich möchte trotzdem, ich finde erstmal, dass Sie es gemacht haben, finde ich großartig. Das ist einfach eine Diskussion, die wir führen müssen und von daher würde ich das gerne auch mal mit Ihnen durchgehen. Also ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass Drosten und Wieler nur um die Infektionszahlen geht. Also ich bin sehr eng im Kontakt mit zum Beispiel Christian Drosten und der sieht immer das gesamte gesellschaftliche Bild. Wir haben auch selbst Kinder und das ist, glaube ich, ich sage das nicht rechthaberig oder so, sondern man muss denken, wir sehen das auch. Aber es wird nicht thematisiert? Also Sie sehen es, die Zahlen, die wir in den Nachrichten hören, sind immer nur die Zahlen der Infizierten und der Toten. Wir sehen nicht und die Zahl der Depressiven, die Zahl der Menschen, die an Einsamkeit sehr stark leiden, die Zahl der Suizide ist so angestiegen. Nee, das weiß ich. Also ich bin da wirklich nicht, also erstens rede ich das nicht klein und zum Zweiten, ich sage ja, es ist wichtig und darüber muss auch gesprochen werden. Aber ich würde trotzdem mal versuchen, also dagegen zu halten, weshalb die, ich weiß, der zentrale Punkt, also ist ja der, in ein paar Jahren sagen wir, das hätten wir so nicht machen dürfen. Da bin ich ganz anderer Meinung. Wir werden also in ein paar Jahren also eine Situation haben, dann haben wir das niedergekämpft und dann haben wir durch die Lockdown-Maßnahmen, die wir gemacht haben, das wird man dann ausrechnen können, dann haben wir tatsächlich also zunächst einmal ein paar hunderttausend Menschenleben gerettet. Und das betrifft nicht nur, also über 80-Jährige, das höre ich immer, also auch von Virologen sogar, das wären nur Menschen im Pflegeheim und so weiter und so fort. Also ein Drittel ist unter 80 und es trifft übrigens, was die Lebenserwartung angeht, die mittleren Altersgruppen viel härter, die sterben zwar jetzt nicht, aber wenn die schwere Verläufe gehabt haben, dann leben die danach noch ein paar Jahre mit schwerer chronischer Krankheit und sterben dann trotzdem früher, als sie sonst gestorben wären, weil die Schäden, die also von so einer schweren Erkrankung zurückbleiben, schränkt die Lebenserwartung ein. Herr Lauterbach, darf ich da... Ich bin nur den, lassen Sie nur den Gedanken, also, weil das ist auch etwas, was wir nicht sagen. Wir sagen nicht, wenn wir das durchlaufen lassen, wir machen keinen Lockdown, wir müssen das durchlaufen, dann würden vielleicht über den Daumen gepeilt, also die Statistiken sind da unterschiedlich, aber sagen wir, wenn ein Prozent sterben würden, wir hätten 50 Millionen Infizierte, würden 500.000 Menschen sterben, aber ich hätte ein Vielfaches davon. Es führt ja am Ende auch in einen ganz bizarren Vergleich aus hypothetischen möglichen... Aber es will ja auch niemand durchlaufen, also ich finde, das ist jetzt auch eine schwierige Modellrechnung, die man einfach mal so zu einer Primetime-Zeit in den Raum stellt, das auch sehr viel Angst produziert, ne? Also eine Modellrechnung, wo man jetzt von 500.000 Toten redet... Aber wenn ich kein Loch da mache... Niemand will durchlaufen lassen. Also wenn man Maßnahmen aber etwas modifiziert und schaut, wo können Menschen zu einem normaleren Leben zurück, die vielleicht besonders leiden, und wo können wir vielleicht viel besser sein, auch von der Politik viel besser sein, um die infizierten Zahlen in Pflegeheimen zu rücken... Ich finde das ein gutes Beispiel, ich würde es gerne einmal konkret machen, weil da ist es mir eingeleuchtet. Acht ältere Damen, die in der Turnhalle zusammen Seniorensport machen, so eine Veranstaltung, ich weiß nicht allzu viel, aber ein bisschen über Virologie seit einigen Monaten, durch die ständigen Gespräche auch mit Ihnen, das müsste doch eigentlich unter Infektionsschutzgründen sicher zu organisieren sein und würde acht älteren Menschen ein Stück Lebensqualität zurücknehmen. Ich finde immer ein paar Sondersituationen, wo man etwas machen könnte... Sind es nur ein paar? Ich glaube, das Problem ist doch das Folgende. Wir sind ja derzeit im Lockdown. Der Lockdown ist ja hart und, wenn ich Sie richtig verstehe, aus Ihrer Sicht eher zu hart. Aber wir sind trotzdem in einer Situation, wo wir die gefährlichen Mutationen, die wir haben, noch nicht im Griff haben. Und wovor wir Angst haben, darum haben wir das ja jetzt noch mal gemacht, wir haben darüber sehr lange nachgedacht. Ich habe da auch sehr lange mit allen Beteiligten, Ministerpräsidenten, mit vielen Beteiligten auch unter Berücksichtigung dieser Aspekte persönlich lange gesprochen. Wovor wir Angst haben, ist das Folgende passiert. Die Mutationen, die jetzt kommen, insbesondere aus Südafrika und aus Brasilien. Wir haben das Problem, dass die also selbst dann Leute infizieren, wenn man es schon mal gehabt hat oder wenn man geimpft ist oder wenn man also Medikamente nimmt, damit man es nicht bekommt. Die gehen einfach, was wir von jetzt wissen, gehen die bei etwa 40 Prozent der Fälle einfach durch, obwohl man sogar schon geimpft ist. Es wäre also eine neue Qualität der Pandemie, die erst noch aussteht. Aber ich will noch mal den Ball rüberspielen. Ist das sozusagen ein Szenario, dass wir ja, also wollen wir die Expertise nicht in Abrede stellen? Ich will mich eigentlich auf die Diskussion nicht einlassen, aber ich möchte jetzt einmal sagen, dass das, was Sie jetzt gerade sagen, ist einfach so eine, also es ist Apokalypse, was Sie... Nein, ich sage, das ist nicht... Wir müssen, ich möchte es wirklich, Sie haben so viel, Sie haben so viel Zeit, um über diese Mutationen und diese Zahlen zu reden. Machen wir heute Abend auch noch. Es ist einfach wirklich auch mal die Zeit, dass wir die anderen... Und es sind nicht nur ein paar Sonderfälle, die acht Frauen, die in der Tonhalle tonen, sondern es sind unfassbar viele Teenager, die zu Hause sitzen und seelisch verkümmern. Aber ich will Sie doch gewinnen. Und das ist ein großes Problem, Herr Lauterbach. Und ich glaube eben nicht, deswegen habe ich es ja gemacht. Und deswegen haben 10 Millionen Menschen sich diese 14 Minuten, die auch ein bisschen langweilig hätten sein können, bis zum Ende angeguckt. Weil es eben nicht Ausnahmesituationen ist, sondern es ist ein Gros an Menschen, die total leiden. Es sind nicht nur die, die in prekären Lebenssituationen sind, wo Kinder wirklich schlimmste Dinge erleben. Auch darüber sprechen wir. Das sind sehr viele, sehr viele Kinder. Ich versuche, ich will Sie wirklich, also ich will Sie wirklich gewinnen für, also dieses Argumentum ist mir das wichtig. Also erstens finde ich, also habe ich ja schon gesagt, ich finde den Film gut, ich finde Ihren Ansatz gut. Ich will Sie einfach gewinnen für die Sicht dieser Dinge. Ich habe das eben gesagt mit den, also Mutationen, nicht um jemandem Angst zu machen. Ich finde, das ist falsch, Angst zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich aber nicht erkläre, weshalb wir diese Maßnahmen wieder ergriffen haben, obwohl die Leute jetzt, sagen wir mal, wundgerieben sind, dann kann ich auch niemanden überzeugen. Und es ist ja so, darum sage ich das ja auch, wir haben die Möglichkeit, das zu schaffen. Wir haben die Möglichkeit, das zu schaffen, wenn wir jetzt also die Situation nochmal in den Griff bekommen und können dann die Fallzahlen ausreichend senken. Dann können wir auch wieder freier leben. Der Versuch, den wir derzeit machen, wir versuchen quasi noch vor den neuen Mutationen wegzukommen, die Fallzahlen so stark zu senken, dass wir dann durch die Arbeit der Gesundheitsämter vieles wieder öffnen können. Das ist der Versuch, den wir unternehmen. Wir versuchen quasi eine Flucht vor diesen gefährlichen Mutationen und das können wir jetzt noch schaffen. Frau Lufen, ich weiß, dass Sie da ganz viel berechtigterweise auf der Seele haben. Und ich glaube, an der Stelle ist das Dilemma unüberhörbar, aber gut, dass das Gespräch darüber beginnt. Ich würde an der Stelle gerne einmal Danke sagen und die Runde erweitern.